Es ist nicht unmittelbar! Hallo und guten Tag liebe Leute zu einer weiteren Folge ONLY IF! Ich soll es ja fertig machen und ich mache es auch! Press Space, du continue! Let's go! Screw yourself! Who hasn't? I'm an optimist believe it or not! I still want you to see, even though you can't anymore, you called me an everlasting bastard when I'm actually ever longingly forgiving. Alright, let me guess. Fake hope again? So I'll give you this one last chance. One last fake hope? One last fake hope? Take this shot seriously! You wanna die right now you little shit?! Huh?! You wanna die right now?! An impossible challenge! To prove to me if you are the definer or the undefined. What does that even mean? You're always asking what?! Huh?! Why don't you try to get in depth Anthony?! Why don't you try to ask what if I could be amazing?! What if I could be definitive?! There is nothing I understand you lunatic! You still haven't changed after all this! Anthony, I hate you. You're an antagonist to me and I am one to you! But that may not be how Sam or the person behind the screen sees you! You talk way too much you lifeless cunt! Lifeless?! Life is the parent of quality and quantity! And by far their magnificent love gave birth to the greatest of creations! Quality created the human and quantity made a son and a daughter! Now prove to me! Okay? In this place that I hate you the most that you can define what is realistic and what is not! Show me right here, right now, that you can bring pride to your parents! Quantity and quality! Just all so swiftly to form a solution that would define your magnificent future of escaping or not! Rather than giving you a limit to how much time you have left, instead I give you anxiety! Hundreds of vases can be your answers or your questions! Pun! If you want to be done little one, grab a gun, shoot the vases and have some fun! Find the key, find the door, find me, leave and soar! Fucking shit man, what the fuck are you talking about? A revolver for a person who keeps making mistakes! The amount of chambers in it will point to where you will find the hour and that hour holds the key! Bye! 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 Spiele verstellte mir jetzt hart die helligkeit! Guck mal mein Gesicht, so! So! So, so, so. Ich kann nichts machen! Ich kanns nicht erinnern! Ah, hier war ich ja gerade eben schon, okay! Letztes mal, also ich kann mich noch erinnern, das sind irgendwelche, irgendwelche... Und da steht doch ein Mülleimer hier... Oh, yes! Oh, yes! Eh, so ich... Sag mal! Anthony! So ein schlechter Schütze! Aber, äh, Türen sind es jetzt nicht, oder? Nein! Das sind Schränke, Schränke! Gehen wir mal hier rein! Ein Mülleimer! Da kann man dann immer einen Überblick sehen. Ah, da unten arbeiten wir gerade. Look at this! Also einen Schlüssel habe ich jetzt gefunden. Ich muss aber noch die Tür finden. Also an den Kanten genau sind die Dinger. Wo kriege ich denn eigentlich die Tommy-Gun her? Ich will die Tommy-Gun haben. Sehe ich da noch irgendwo noch einen Mülleimer? Außer an den anderen Ecken. Ach so. Hinten drin noch ein Mülleimer. An Scopes. Macht das meiste Spaß. Okay, jetzt war ich da drüben. Gut, gut, gut. Freut mich, freut mich. Hey, wer schießt da mit meiner Waffe neben mir? Wenn hier nur die Schränke kommen, ist das ja total nichts für uns. Ach, da liegt eine Vase. Kann ich Vasen noch umkicken? Ich kann gar keine Vasen umkicken. Ey. Ey, das war ja einfach. Letztes Mal bin ich da rumgeirrt. Drei Milliarden Stunden und ich habe nichts gefunden. Ich habe mich aber auch nicht richtig geguckt. Die liegenden Vasen und so. Ja, okay. Ich würde sagen, ich kreste mich kurz am Ohr. Gehen wir rein. Du hast einen Hinten Caliber, Anthony. Du eigentlich kann bist du amazing. Oh, ja, fine. Just tell me where Sam is. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wie kann du deine Frau so tun? Ich still nicht verstehe. Sie ist nicht meine Frau, bei der Waffe. Du pathetic liar. Ich habe nie gesagt, dass sie meine Frau ist. Ich war sie von dir. Von dir. Der Grund, warum ich immer keepet ihr, von ihr, von ihr, war, weil du warst dein eigenes Leben. Oh, was? Die Musik ist so. Who's Vincent? I was always in your head, Anthony. Fuck you should have fucked up! Stop it, Godfather! Sorry, Anthony. You mean Vinny? Look, we didn't. I shouldn't have randomly invited everyone to my parties. That was a bad move. I know, there wasn't anything personal, Anthony. Sorry. I just found out when Vinny told me a few minutes ago that we were related. Pass it, Wade. We gotta talk right now. Dad, look, the parties were just for legit fun. There were douches that were annoying me and Vinny slipped a few of his weird drugs to test results. And I wasn't one. Yesterday, you were... I don't even know how to grin. Hey. And that was the last time. You wanted to kill me? You threw me off the lagoon and blew off the windmill. You're an illegal drug dealer. Nope. I'm just an angel investor who happens to look like one attractive doctor. Anthony, calm down. Half of what you knew wasn't real. The drugs twisted it a bit. I'm just... I'm just... I'm just... I'm just... I'm just... What time is it? I'm just... What time is it? I'm just... You should have done that way earlier. But thanks for wanting to help me out, man. I appreciate it. I really do. I can't wait for class. Fick die Kacke, man. I had it just too high. Scheiß auf die Musik. Gibt's halt an ID-Treffer. I monetarisiere dann einfach die Folge nicht. Yeah, yeah. Geld ist jetzt nicht alles im Leben, ja? Also das ist ja wohl richtig geil. Schade, dass ich das letzte Mal nicht zu Ende gemacht habe. Jetzt muss ich dir so lange darauf warten, hab da nicht mehr den richtigen Bezug dazu. Ich kann nicht aufhören zu grinsen. Hat sich viel mal gelohnt, das fertig zu spielen. Allahopp, gell. Dann, ja. Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.